Hallo liebe Leute willkommen beim LS beim 20 auf der XXL Farm Wir sind im Gratland Gratland kann ein bisschen dauern aber wir haben ein paar Stück zum laden könnte die die Dinge 3 ich habe der Ladewagen extra bisschen breiter gemacht weil wegen dem Aufnahme also ich habe die Ladewagen extra bisschen breiter gemacht ich nehme nicht immer perfekt auf Insel läuft ja nicht schneller oder 20% müssen wir wieder runter fahren hoch runter mal war war wird schon sein meine Güte das Regen 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 dreams Regen Regen Flug Stoff Regen 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 Nein. Rübenfeld. Also die Zuckerrübenfelder zu kaufen. Nächste Invisation Zuckorrüben. Und die falsche Mission. Ah, scheiße. Wir dürfen die eigene Mission nicht benutzen. Für das Privatzeug. Das ist blöd. Ah, scheiße. Das ist richtig blöd Leute. So, wir sind vergleichbar halb voll. Das ist schön. Oh lol. Ah ja. Hat nicht schön aufgenommen hier. Das leckt gerade. Gut. So. So. Wir nachher. Dankeschön. Hm. Warte mal was macht der eigentlich. Okay. Ich stelle die da. Weil mein Fuß zu langsam weht. Hm hm hm. Mal. Spannung. Mal. 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 So, wir fahren weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Äh, ne, jetzt habe ich gar nicht gekriegt zum Lachen. Wieso muss das Leben so komplett so zu erläutern? Könnt ihr mir das sagen? Ja, ich würde wahrscheinlich sagen, ja, Fendt, wenn du dein Leben bestimmt selbst kompitionen machst, dann würde ich sagen, ja, das wird auch wieder. Halt, Schwede. Wir haben nach einer Kälber, äh, bald Kälber. Kälber. Oh. Kälber. Kälber. Oh. Kälber. Das sind erst drei Monate. So. 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 Und dann... Kälber. So, gleich am Ende und hier ist gleich voll. So, jetzt hier rein. So, jetzt hier ist die Hand. So, jetzt hier ist die Hand und hier ist der Kock. So, jetzt haben wir zwei ge Commerce-Gottes. Wir machen die Hand. ich kann euch schneller zeigen jetzt noch ein jetzt noch zwei drei fünf stück fünf stück und da vorne gibt es nur einen so einen kleinen kurzen haben sie schon richtig auf siegler voll abkippen gehen so meine energie bringt trinken also kann so was aber ein bisschen protein brauchen und das geben immer Gas geben dann später also heute ist der 18 13 Freitag 3 Samstag Prozent später noch ein zwei Runden nur um Formel 1 spielen weil ich bin ja beim Mac Manus dabei auf der Formel 1 und dann will er dann so richtig drauf ich bin zwar noch ein bisschen schwach aber ich komme ein bisschen langsamer an den darum will ich dann ein bisschen üben ich frage mich aus der Gruppe nach ich frage mich aus der Gruppe nach das jetzt hier links hoch Problem ist fahren und schreiben das ist ganz ganz schlecht ganz schlecht Ich bin ja ich bin ja ich bin ja ich bin ja ganz schlecht und da ich bin ja ich bin ja es ist nicht okay ich bin ja So. So, jetzt hier links. So, jetzt haben wir schon ein Szenario bekommen. Voll. So, meine Lieben, Zion soll er machen. So, meine Lieben. Hey. So, jetzt abladen, weil die ganze Produktion, ja, da ist sie jetzt im Füllen, und ihr auch schon am Füllen, aber ich muss noch was abgeben. Aber es geht nicht alles rein, also es heisst, 1 Million muss ich mindestens rausholen. Schlage würde ich aber gerne den restlichen Biogas, wie viel geht da rein? 1,3 Millionen. Hmmm, da wird es knapp. Leute, da wird es richtig richtig. Einlagern. Keine Ahnung, ich habe da nie was gemacht. Die Biogas. Das Misthaufen von den Kälbern, die kommt auch noch. Ah boah, der Misthaufen. Wie viel Mist habe ich schon? Vielleicht gebe ich auch Mist an die Biogas. Mit dem Elektro. 32.688. Jo, das geht an Biogas. Ja. Aha. Ne, ich behalte es. Wir haben nicht umsonst noch einen Misträuber. Guck mal, Misträuber. Der drin. Ah ja, wir haben noch einen kleinen. Wissen. Weil irgendwann würde ich schon auf die Zweiachse gehen. Die hier. Bloß auf die und auf die. Raus. Irgendwann. Irgendwann. Aber das kostet genauso teuer wie die Hallen. Also 10.000 weniger. Aber trotzdem. Aber gebraucht sind wir die gleichen da. Und das ist unser. Aber mal bauen, was danach nichts mehr noch kommt. Weil jetzt müssen wir entweder maschinenmäßig reinholen. So alles was noch geht. Weil im Frühjahr fängt dann die ganzen. Aber warte mal. Wie sieht eigentlich mit der ganzen. Die sind alle drei noch Wachstum. Gut, Kollege. Ganz gut. Das ist Spack, mein Maus. So, mein Lieber. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.